hey internet und youtube lange hat gedauert und ich hoffe es funktioniert jetzt ich habe diesen was ich noch nicht probiert hatte diesen komischen patch die sie runtergeladen im steam workshop hat aber trotzdem abstürze und dann habe ich alle werkbänke bis auf dem keller hier entfernt und vielleicht in kombination mit beidem oder wie auch immer konnte ich gerade herumlaufen im haus und es ist nichts passiert problem ist im keller habe ich schon was gebaut wegen testen et cetera et cetera aber gut hier wächst noch immer nix ich hoffe das passt jetzt ich kann dieses ist dir nicht kalt frisch hier oder mir gefällt es hier ist so schön ja habe ich was für dich wirklich was ist es denn ich weiß es selber noch nicht ein holzschwert habe ich danke bitte du bist jetzt auch ein krieger in ok lass mich eingehen und bitte nicht abstützen bitte nicht abstützen bitte nicht abstützen bitte nicht abstützen bietet youtube hauptsache der loaning screen funktioniert ich traue mich kaum bewegen braucht ihr etwas papa ich habe noch immer nichts an hier ist mein gewächshaus hier wächst schon etwas ich habe umgepflanzt hier ist nur dings drin ich weiß nicht wo die viecher kommen kann ich irgendwann spree kaufen kohl kartoffeln und lauch wunderschön stecke fest waffenkammer habe ich ein bisschen angst zu betreten noch immer also ein paar sachen fehlen mir natürlich jetzt von den werkbänken hier aber das sind alle so dekorations dinge was machst du hier hey daneben okay das konnte man alles im keller bauen hier fehlt mir noch ein paar sachen natürlich hier habe ich jetzt auch schmiede dingens dingens und meine güte du musst dich davor hinstellen naja noch einem waffen ständer das wird heftig diese trophäen nicht behältnis sondern diese schreine hier anfertigen mit amuletten ich wahrscheinlich schon längst verkauft habe quecksilberbahn wie auch immer muss ich habe ich sicher irgendwann längst verkauft du man schlägt nicht auf willst du dass wir alle einstürzen mit deinem holzschwert ich wohne gerne hier der see ist so schön okay lass gut sein bis bald papa ja mach hier hin und das ist der stand der dinge und ich brauche was zum anziehen und die rüstungen rüber transportieren meine güte so viel zu tun so much work to do wohin griftonia umziehen wenn ihr die ganze zeit dieses fisch mache ich jetzt habe ich überhaupt keine waffe dabei fertig oh mein gott ist das schnell okay glück gehabt dass ich zu faul bin das habe ich hier aktiviert nobody knows und ein moment jemand sagte wenn ich tarne von falkenring werde kriege ich noch eine frau kann ich die dann hier reintun ist das richtig könnt ihr das bestätigen youtube weil dann mache ich das natürlich so würde ich mich schnell empor tarnen und dann verdammten harem grün was meine tochter wohl denkt das was im augen und die kann ich auch aus ihrem dienst mit lassen weil ich bin euer schwert und euer schild du gehst mir auf die nerven die zwergenrüstung der großen da habe ich auch schon die hälfte wahrscheinlich verkauft verdammt nochmal feine kleidung und dingensbumsen heute schattenrüstung die zwergenrüstung nach außen wurde die zwergenrüstung Neemersrüstung. Die könnte ich auch aufhören. Ich habe... Ich muss mich kurz umziehen. Wenn du bitte hinsehen würdest. Okay. Also Schattenkapuze. Oder... Ach, diegabend. Bögen. Echt supi. Ich ziehe aber das an. Das ist gewichtsmäßig. Und dazu die Schattenstiefel. Das passt alles wunderbar zusammen. Ja, obwohl die Kapuze passt jetzt nicht so schlecht dazu, muss man sagen. Die Schüchen. Vielleicht nicht so ganz, aber okay. Gib mir... Gib mir 3,69. Und gib mir. Und... Gib mir nichts mehr. Aufstehen. Danke. Alles klar hier? Was ist mit diesem Mioll? Soll ich hier einen Stalker umbringen? Dann hat sie ihre Ruhe. Richtig erlösen. Mioll. Tut mir leid. Ich dachte gerade über meine Experimente nach. Ich hab... Hilfe! Nichts gefragt. Der Ratenweg ist die Stadt unter der Stadt. Jemand muss etwas unternehmen. Was ist denn? Heute bin ich mit meinen Gedanken ganz bei meinen Experimenten. Erzählt mir etwas, was eure Familie ist. Was brauchtet ihr doch gleich? 50.000 Dold. Ich halte mich da raus. Ah, hier. Was geht hier ab? Uh. Warum kämpfst du gegen die Frau? Wache. Kaiserliche Wache. Da hat sich jemand verhielt. Okay. 10 Gold auf ihn. 20. 30. Was hältst du hier? Was hältst du hier? Yes. Ich hab gewonnen. Danke. Gib mir dein Gold. Gib mir... 2 Gold. Im Namen des Jarl. Keine Bewegung. Oh, vergebt mir, Tane. Ich hatte euch nicht erkannt. Wir tun so, als hätten wir nichts gesehen. Aber selbst der Einfluss des Jarl hat seine Grenzen. Passt nächstes Mal etwas besser auf. Das werde ich machen. Naja, 2 Gold. Wer denn 2 Gold nicht ehrt? Hey. Hey. Schaut mich nicht so an. Wer seid ihr, das ihr über mich urteilen wollt? Es ist wohl jemand mit dem linken Fuß aufgestanden. Let's go back to business. Ich denke, ich werde eine eigene... Okay, wir gehen jetzt in die Waffenkammer und sehen uns das an. Oh. Endlich. Kurzum. Ist es noch geschneit? Tut dir die Sonne weh? Was ist los? Bin ich nicht? Okay. Habe ich schon einen Poltergeist drinnen, oder? Was zum Henker? Spielst du vorstecken? Ihr seid wieder zu Hause! Hey, ich hab hier was für euch. Das denke ich mir. Ich hoffe, es gefällt euch. Beine. Eine was? Eine rote Robe? Was machst du hier unten? Papa! Was machst du hier? Bist du... Okay. Wie auch immer. Ähm... Eine rote Robe durch. Was soll ich mit dem Mistkind? Was zum... Weil ich die ganze Zeit nackt herumlief? Also ich dachte... Ich kann mir das nicht mehr mit ansehen. Okay. Hier ist meine Detra. Dann mach ich gegenüber... Eigentlich meine... Äh... Drachendings, oder? Das wird sich doch anbieten. Natürlich ist der Mist jetzt hier voll. Objekt. Waffen. Was hab ich jetzt gemacht? Fallen lassen. Oh mein Gott. Sorry. Also das ist mühsam. Das... Aktivieren. Ja. Auch nur in einer bestimmten Hand. Okay. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ich hab zu schnell geklickt. Jesus Christ. Okay. Dankeschön. F5. Speichern. Nicht, dass hier noch irgendwas passiert. Wir ziehen dich jetzt mal an. Weil ich absolut... V bin. Oh. Hier sind Nachtigall... What? Nachtigallstiefler. Wann hab ich dich angezogen? Dann kriegst du die Nachtigall... Er. Er. Und... Naja, das ist halbwegs, oder? Und du... bekommst... das hier. Na, also denne. Ich brauch hier noch den Dolch. Okay, wunderbar. Was sagst du dazu? Ist dir völlig wurscht. Das hab ich mir fast gedacht. Wer kriegt die Robe? Etwas hat sich in den Monden bewegt, Bruder. Dann warst du wieder nicht bei der Sitzung. So. Genau. Mein Pyjama. Also, ich kann ja nicht immer nackt herumlaufen zu Hause. Okay? Wie sieht denn das aus? Etwas hat sich in den Monden bewegt, Bruder. Hm. Weil ich gar nicht so viele Rüstungen hab, geb ich... ...dir... ...die andere. Soll ich dir auch noch die... ...offene Schatten hierher? Ja, was... ...und, äh... ...das passt... ...sehr gut zusammen. Hauptsache etwas an. Ne? Also, ich will hier nicht... ...du bist nicht... ...beeindruckt. Ja, nein, ich... ...pfff... ...sit sind nur die paar besten Rüstungen hier rein und gut ist. Etwas hat sich in den Monden bewegt, Bruder. Hier haben wir noch zwei. Was war denn eigentlich? Die höchste war... ...ja, Drache, Detra... ...und dann war noch irgendwas. Kann ich hier noch... Etwas hat sich in den Monden bewegt, Bruder. Irgendwas anderes. Wenn du das noch einmal sagst. Und du? Steckst hier fest. Mir gefällt es hier. Der Baum im Park... Mach deine Aufgaben. Aber ich möchte nicht. Was? Ja, Papa. Gut. Wie realistisch. Wenn ich sauer bin, lasse ich es einfach an meinem Kind aus. Also, putz. Okay. Dann gehe ich mal hier raus, bevor das wieder abstürzt. Irgendwas passiert. Wenn ich Panik habe. Und... ...wir sehen uns im nächsten Part wieder. Kann ich raus, Mr. Loading? Warte, 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 warte. Den Bok sich... Den Bok sich um. Ich bin an dem Bogen. Du wirst schon stehen bleiben. Du wirst schon irgendwann stehen bleiben. Okay. Bin zu faul dazu. Wie wäre es, wenn wir hier reinspringen und uns ein wenig abkühlen? Das sah tiefer aus. Das... Das sah tiefer... Okay. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.